So, willkommen zurück. Wir haben heute Freitag, den 11. Dezember 2015 und am heutigen Tag gibt es 15% Rabatt auf viele Bauernhofartikel. Welche das sind, schauen wir uns an. Das sehen wir schon als erstes ein paar größere Artikel, bei denen sich die 15% auch bemerkbar machen. Es gibt dann noch eine Menge kleineres Zubehör und wie wir hier schon sehen, gibt es wieder einige Artikel, bei denen statt minus 15 dann minus 14% dran steht. Woran das liegt, keine Ahnung. Ob es euch das wert ist, müsst ihr selber wissen. Mein persönlicher Favorit am heutigen Tag wären dann wieder die Tannengruppe. Klingt 11 Euro schon mal besser als 13 Euro. Es gibt dann noch ein paar Stunden, die man sich selbst beherauscht. Klingt 11 Euro. Dinge. Aber ich habe mich gefühlt, weil man sich jeden Tag nimmt, wenn man sich Und das ist nicht so gut. Aber ihr geht jetzt mal. Und das war dann einfach jetzt mal. Und das war dann noch immer wieder.